Und wir kommen zu Tagesordnungspunkt 10, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache Nummer 12.341, es ist 5 nach 12, ganzheitliches Handlungskonzept zur Prävention von Radikalisierung, insbesondere des gewaltbereiten Salafismus, endlich entwickeln und wissenschaftlich begleiten lassen. Ich eröffne die Aussprache und erteile für die Piratenfraktion Herrn Kollegen Herrmann das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer im Saal und zu Hause, je suis Bagdad, meine Damen und Herren, je suis Bagdad. Ein solches oder anderes Zeichen der Anteilnahme des Mitgefühls zu dem verheerenden Bombenanschlag in Bagdad von Samstagnacht habe ich in den letzten Tagen nicht wahrgenommen. Stattdessen wird über den Anschlag berichtet, wie über eine der vielen Kriegshandlungen, wie sie täglich in einem der Länder im Nahen Osten stattfinden. Aber hier fängt Integration und vor allem Prävention meiner Meinung nach an. Wir müssen wahrnehmen, was es für die hier bei uns lebenden Muslime heißt, wenn eine Gruppe von Mördern, die sich Islamischer Staat nennt, den heiligen Ramadan ausnutzt, um eine möglichst große Gruppe von gläubigen Muslimen in Bagdad zu ermorden. Das ist kein Geländegewinn in einem Krieg. Das ist ein direkter Anschlag auf Menschen in einem Land, in das wir, der Westen, vor Jahrzehnten den Krieg hineingetragen haben und die langsam anfangen, sich ihre Gesellschaft wieder aufzubauen. Und das betrifft eben auch die Muslime hier, und zwar die, die bei uns geboren sind, aber auch die, die später nach Deutschland gekommen sind und heute hier leben. Erinnern Sie sich bitte an unsere Betroffenheit bei den Anschlägen von Paris und Brüssel. Und vielleicht können Sie dann ein bisschen nachvollziehen, wie sich unsere muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürger in Bezug auf die Anschläge in Bagdad gerade fühlen. Hier sind wir in meinen Augen viel zu oberflächlich. Ich denke, wir nehmen das nämlich nicht richtig wahr. Und ja, ich habe jetzt von wir und die gesprochen, obwohl ich der Meinung und der Überzeugung bin, dass der Islam zu Deutschland gehört. Aber ich dachte mir, vielleicht erschließen sich so meine Gedanken Ihnen besser. Meine Damen und Herren, Migranten leben hier in der zweiten und dritten Generation in Deutschland. Die meisten in Deutschland lebenden Jugendlichen mit arabischem Namen sind in Deutschland geboren und deutsche Staatsbürger. Aber Diskriminierungserfahrungen sind dort immer noch sehr weit verbreitet, in der Schule und auch später bei der Arbeitssuche. Das Auftreten als Teil einer imaginären muslimischen Gemeinschaft, die den Westen das Fürchten lehrt, stellt für einige eine vermeintlich verheißungsvolle Alternative dar. Und das ist etwas anderes, als ständig weiter diskriminiert zu werden. Und genau da müssen wir Ansätze und Angebote machen, und zwar dringend, seit mindestens einem Jahr und länger. Mehr Befugnisse für den Verfassungsschutz und Videoüberwachung an jeder Ecke, das ist dazu nicht der richtige Ansatz. Deshalb, meine Damen und Herren, wollen wir mit unserem Antrag hier an die Diskussion vom März letzten Jahres erinnern. Da haben Sie selbst, verehrte Kolleginnen und Kollegen der regierungstragenden Fraktionen, Salafismusprävention als gesamtgesellschaftliche Aufgabe definiert und beschlossen. Und was war dann? Unser Antrag, Sie werden es erkennen, orientiert sich stark an dem Antrag, den wir im März 2015 gestellt haben, als Sie das Handlungskonzept angekündigt haben. Dass wir uns hier wiederholen müssen, liegt daran, dass es dieses ganzheitliche Handlungskonzept immer noch nicht gibt. Natürlich werden Sie gleich sagen, wir machen das doch schon alles. Und der Antrag der Piraten ist überflüssig. Das sehen wir natürlich anders, denn erst jetzt, im zweiten Nachtragshaushalt 2016, der erst einmal auch wieder verschoben ist, finden sich zwei Mitarbeiterstellen zur Koordination der dringend notwendigen interministeriellen Arbeitsgruppe. Das haben Sie in Ihrem Antrag erwähnt. Sie brauchen 15 Monate, um das umzusetzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist grob fahrlässig. Mit einem Ausbau von Videoüberwachung, Bodycams für Polizisten, mehr Überwachungsrechten für den Verfassungsschutz sind Sie schnell dabei. Aber zielgerichtete Präventionsarbeit ist nicht vorhanden. Meine Damen und Herren, der Handlungsbedarf ist dringend. Darüber wollen wir mit Ihnen im Ausschuss sprechen. Und ich würde mich über eine offene und ideologiefreie Diskussion dazu freuen. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Herrmann. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Körfges. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst will ich ganz deutlich für die SPD-Fraktion, aber auch für mich persönlich sagen, lieber Herr Kollege Herrmann, dass es Sie ehrt, dass Sie Bezug genommen haben auf die schrecklichen Ereignisse, zuletzt in Bagdad. Und dass Sie durchaus auf unsere Zustimmung treffen, wenn Sie sich zur religiösen und gesellschaftlichen Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und in Nordrhein-Westfalen bekennen. Und das wird Sie jetzt womöglich überraschen. Auch die Tatsache, dass Sie im Wesentlichen die Punkte unseres Entschließungsantrags in Ihren Antrag überführt haben und hier erneut zur Diskussion stellen, finden wir nicht nur nicht schlimm, sondern wir halten es durchaus für wünschenswert, dass wir zu diesem wichtigen Thema, nicht nur hier im Plenum, sondern auch im Fachausschuss, die Diskussion und den Dialog fortsetzen. Denn für uns ist eins klar, und das sollte auch für alle mittlerweile allgemein gut sein, dass eine wirksame Konzeption zur Bekämpfung des gewaltbereiten Salafismus eben zwei Elemente haben muss. Nicht nur eine repressive Seite, sondern insbesondere eine präventive Seite, die gezielte Bekämpfung aller extremistischen und terroristischen Bestrebungen durch Sicherheitsbehörden einerseits und auf der anderen Seite die Verhinderung von Radikalisierung und der Ausstieg aus extremistischen Bestrebungen dienen gleichermaßen und auch mit gleicher Gewichtung dem Kampf gegen politischen Extremismus und religiös orientierten Fundamentalismus und Terrorismus. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, wir haben vor über einem Jahr einen Antrag gestellt, dessen Zielsetzung war klar umrissen und vorsichtig ausgedrückt gibt es in einigen Punkten auch aus unserer Sicht sicherlich noch Handlungsbedarf. Nur ein paar Dinge kann man nicht so stehen lassen, Herr Herrmann. Zum Beispiel denke ich, dass wir uns ganz deutlich bezogen auf das Programm Wegweiser in die richtige Richtung, ja, ich weiß, dass Sie, ich sage mal, Vorbehalte gegen dieses Programm haben, aber alles, was wir von betroffenen Kommunalbeteiligten, von Institutionen und Organisationsstrukturen hören, die mit diesem Programm zu tun haben, widerspricht Ihren Vorurteilen und Vorbehalten gegen die organisatorische Verankerung des Programms beim Ministerium für Innerungs und Kommunales. Das will ich mal ganz deutlich sagen, lieber Herr Kollege. Wir haben an der Stelle eigentlich eine Situation, die sehr deutlich macht, alleine durch die gesteigerte Nachfrage aus den Kommunen, aus den Regionen des Landes, dass wir zwar richtig unterwegs sind, auch tüchtig da, ich sage mal, ein Tempo zulegen, aber dass wir noch lange nicht das Ziel erreicht haben, dass wir eine Abdeckung mit Angeboten dieser Art im gesamten Land hinkriegen. Wir arbeiten dran, aber wir befinden uns, und da darf ich ganz deutlich widersprechen, an der Stelle auch bezogen auf die Prävention, auf dem richtigen Weg. Und das sage ich jetzt auch in Richtung auf die andere Seite des Hauses, auch die Tatsache, dass sich drei dritten Tatverdächtige bei dem Attentat auf den SIG-Tempel im Umfeld eines Wegweiserprogramms befanden, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist weder zur Kritik noch gar zur Diffamierung des Projektes Wegweiser in irgendeiner Art und Weise geeignet. Denn ich kann Ihnen nur sagen, die Tatsache, dass es da Menschen gibt, die auch als mögliche Straftäter jetzt in Erscheinung getreten sind, zeigt ja, dass sich das Programm tendenziell in die richtige Richtung bewegt. Denn wir wollen ja gerade solche Menschen erreichen. Es ist schade und in jedem einzelnen Fall traurig, wenn es da Menschen gibt, die trotz allem nicht umkehren und die wir trotz allem nicht erreichen. Das bedeutet aber nicht, dass präventive Bestrebungen falsch sind, sondern das ganze Gegenteil ist aus unserer Sicht der Fall. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt ein paar andere Dinge, die wir gerne fachlich austauschen möchten, zum Beispiel die Frage, wie wir auf verstärkte Radikalisierung über das Internet angemessen reagieren, und zwar nicht nur mit staatlichen Mitteln, sondern auch zivilgesellschaftlich. Das alles kann im Rahmen einer Erörterung innerhalb des Ausschusses vertieft werden. Und ich hoffe und bin eigentlich auch sicher, dass wir an der Stelle dann auch, bezogen auf die Arbeit, die die Regierung ja vielfältig macht, auch die Koordination dieser verschiedenen Bestrebungen uns vorstellen lassen. Weil ich glaube, eins ist eine Erkenntnis, die wir auch alle gemeinsam teilen, das ist nichts, was man in einem Fachbereich alleine bewerkstelligen kann. Prävention ist etwas, was nur ressort- und fachbereichsübergreifend geht. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Aber nicht zuletzt, weil wir den Weg noch mit Ihnen genau diskutieren möchten und auch für Anregungen offen sind, freuen wir uns auf die Beratungen im Ausschuss. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Körfkes. Für die CDU-Fraktion erteile ich Frau Kollegin Korte das Wort. Herr Präsident, verehrte Damen und Herren, extremistische Bestrebungen haben zurzeit in Nordrhein-Westfalen Hochkonjunktur. Das hat nicht zuletzt der NRW-Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2015, den der Innenminister in der vergangenen Woche vorgestellt hat, mehr als deutlich in unser Bewusstsein gerückt. Egal, ob Salafismus, Linksextremismus, Rechtsextremismus oder Wirtschaftsspionage, die Kerndaten des Verfassungsschutzberichtes weisen nahezu in allen Extremismusbereichen steigende Fallzahlen auf. Vor diesem Hintergrund ist es grundsätzlich zu begrüßen, dass die Piratenfraktion in ihrem vorliegenden Antrag ein ganzheitliches Präventionskonzept von der Landesregierung fordert. Irritierend aus Sicht der CDU-Fraktion in diesem Zusammenhang sind allerdings zwei Dinge. Erstens. Auf Seite zwei des Piratenantrages werden Personalverstärkungen bei Polizei- und Verfassungsschutz sowie der geplante Ausbau der Videoüberwachung kritisiert. Stattdessen sollen nach Ansicht der Piraten lieber zivilgesellschaftliche Projekte gefördert werden. Derart einseitige Lösungsvorschläge sind aus Sicht der CDU-Fraktion nicht zielführend. Und wir sagen ganz deutlich, lassen Sie uns das eine tun, ohne das andere zu lassen. Um verfassungsfeindliche Bestrebungen zu bekämpfen, bedarf es der richtigen Mischung aus Repression und Prävention. Wir haben es immer wieder in anderen Bereichen auch. Wir brauchen beides. Dass die Piraten nun offenbar die Repression komplett einstellen wollen, gleichzeitig aber ein ganzheitliches Handlungskonzept fordern, ist eigentlich bereits ein Widerspruch in sich. Zweitens. Gerade in den Bereichen der links- und rechtsextremistisch motivierten Straftaten gab es in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr ganz erhebliche Zuwächse. So ist die Zahl der rechtsextremistisch motivierten Straftaten um 35 Prozent gestiegen. Die der linksextremistischen gar um 70 Prozent und die Zahl der linksextremistischen Gewalttaten ist in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr sogar über 100 Prozent gestiegen. Das ist nicht nur eine Verdopplung der Gewalttaten seit 2010, sondern zugleich der Höchststand an linksextremistisch motivierter Gewalt im Zehnjahresvergleich. Vor diesem Hintergrund ist nicht klar, weshalb das Thema Extremismus in dem vorliegenden Piratenantrag ausschließlich im Hinblick auf den Salafismus behandelt wird. Wir als CDU fordern demgegenüber ein konsequentes Einschreiten gegen verfassungsfeindliche Bestrebungen jeder Art. Und zwar unabhängig davon, ob sie vom rechten oder vom linken Rand des politischen Spektrums ausgeht oder aber ob sie religiös-fundamentalistisch motiviert ist. Dieser Aspekt kommt aus unserer Sicht im vorliegenden Piratenantrag zu kurz. Er kommt aus unserer Sicht zu kurz, aber selbstverständlich werden wir der Überweisungsempfehlung durch den Ältestenrat entsprechen. Und wir freuen uns auf eine konstruktive Diskussion mit Ihnen im Ausschuss. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Korte. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Herr Kollege Basch. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, der vorliegende Antrag der Piratenfraktion befasst sich mit einem geforderten ganzheitlichen Präventionskonzept, Handlungskonzept gegen die Radikalisierung junger Menschen zum gewaltbereiten Salafismus. Als ich diesen Antrag das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, das könnte auch eine kleine Anfrage sein, weil dort wahrscheinlich auch viele Fragen, die die Piratenfraktion jetzt aktuell hier aufwirft, da durchaus beantwortet bekommen hätte. Aber um es vorab zu sagen, ich finde es gut, dass sich die Piratenfraktion mit diesem drängenden Thema auch befasst und mit ihrem Antrag den Weg der Prävention unterstützen möchte. Auch möchte ich die Differenzierung bei den Begrifflichkeiten des Salafismus an dieser Stelle lobend anmerken, denn das gelingt nicht allen politischen Akteurinnen und Akteuren, wenn sie von diesem Thema sprechen. Jeder junge Mensch, den wir vor einer Radikalisierung in den gewaltbereiten Salafismus bewahren bzw. herausholen können, ist ein wichtiger Sieg gegen eine menschenverachtende und gewaltbereite Ideologie, die unter dem Deckmantel des Glaubens derzeit von sich reden macht. Ich muss sagen, dass wir im Ramadan die vielen Attentate sehr ans Herz gegangen sind und mich auch sehr, sehr aufgeschreckt haben. Es zeigt letztendlich, dass Terroristinnen und Terroristen an dieser Stelle keinen Respekt vor der Religion haben und diese Religion letztendlich nur ausnutzen. Die grausamen Anschläge des sogenannten IS zeigen, dass wir alle unter Handlungsdruck stehen. Bereits im März 2015 haben wir deshalb zu Recht mit den Stimmen der Rot-Grünen-Koalition in einem Antrag ein ganzheitliches Handlungskonzept gefordert, welches wir baldigst erwarten. Nun aber zum Antrag der Piratenfraktion. In dem Antrag entsteht der Eindruck, dass die Landesregierung bisher kaum etwas an Maßnahmen gegen den gewaltbereiten Salafismus in die Wege geleitet hat. Erfolgreiche Präventionsprogramme wie Wegweiser werden kaum erwähnt. Hier wirklich die Andockung an den Verfassungsschutz wird hier moniert. Auf der einen Seite kann ich dies nachvollziehen, aber auf der anderen Seite war es letztendlich das Innenministerium, welches als erstes mit dieser Idee zur Prävention nach vorne gegangen ist. Maßnahmen gegen den gewaltbereiten Salafismus müssen immer den Dreiklang von Prävention, Ausstieg und Repression beinhalten. Vor dem Hintergrund sind die einzelnen Ministerien unterschiedlich und schon länger unterwegs. So wird das gerade schon beschriebene Wegweiserprogramm in diesem Jahr von sieben auf insgesamt 13 Beratungsstellen in der WI ausgeweitet, unter anderem auch in der Fläche in Münsterland und in OWL. Wegweiser hat bisher rund 3.000 Beratungskontakte gehabt, wobei sich wöchentlich etwa 50 Hilfesuchende an diese Stellen wenden. Diese Kontakte umfassen telefonische Gespräche bis hin zu rund 100 jungen Menschen, die in intensiver Einzelbetreuung sind. Diese umfassen neben der Sozialarbeit auch den Einschluss von muslimischen Gemeinden, Schulen und Jugendämtern. Ebenso dazu gehört das Ausstiegsprogramm Islamismus, welches derzeit etwa 25 Personen beim Ausstieg aus der Szene hilft. Im Bereich der Forschung, und das war ja auch eine Frage im Antrag, haben wir für die erste Anschlussfinanzierung von Forschung im Bereich der religiösen Radikalisierung Gelder bereitgestellt. Hier finden derzeit Gespräche mit den Hochschulen statt. Nicht unerwähnt lassen möchte ich die Programme der Landeszentrale für politische Bildung, welche derzeit in verschiedenen Schulungen Lehrkräfte, Sozialarbeiter, aber auch muslimische Geistliche in diesem Themenkomplex fit machen. Auch im Justizbereich tut sich was. Das Kompetenzzentrum Islam und Justiz ist gerade mit Stellen ausgestattet worden und beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Radikalisierung im Justizvollzug. Zu den Maßnahmen gehören aber auch die rund 120 muslimischen Imame, welche derzeit in unseren Justizvollzugsanstalten Seelsorgedienste anbieten. Auch hier haben wir Gelder bereitgestellt. Ausbau folgt. Diese Maßnahmen zeigen demnach sehr gut auf, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden, was die Präventionsarbeit gegen den gewaltbereiten Salafismus betrifft. Am Schluss möchte ich trotzdem die antragstellende Fraktionen, aber natürlich auch die anderen Fraktionen hier in diesem Hause vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung dazu einladen, sich konstruktiv an der Diskussion in den kommenden Ausschüssen zu beteiligen. Unsere Kinder und Jugendliche müssen es an dieser Stelle wert sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Basch. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Kollege Dr. Stamm. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein ganzheitliches Konzept gegen den Salafismus tut Not. Wir haben das hier im Hause als FDP schon früh in dieser Legislaturperiode beantragt. Insgesamt zweimal haben wir das hier eingefordert und in verschiedenen Plenardebatten darüber hinaus. Es ist vieles auch richtig, was hier im Antrag der Piraten drinsteht. Wir warten immer noch auf ein wirklich ganzheitliches Konzept dieser Landesregierung. Das ist ja auch einer unserer zentralen Vorwürfe, was die Extremismusbekämpfung angeht. Ich möchte aber an der Stelle sagen, dass der Antrag der Piraten einen ganz wesentlichen Fehler macht. Und zwar ignoriert er eines der ganz wesentlichen Elemente des Narrativs des Salafismus, nämlich der, dass hier zu trennen ist, dass wir den Verfassungsschutz hier rausnehmen sollen, dass wir es nicht mehr beim MIG ansiedeln sollen, dass überhaupt keine Repression mehr stattfinden soll, sondern nur noch Prävention. Der Verzicht auf die Repression ist aber ein Riesenfehler. Denn ein wesentlicher Bestandteil des Narrativs des Salafismus ist es, dass wir eine dekadente Gesellschaft sind, weil wir uns nicht entsprechend wehren. Und das ist genau der Punkt, auf dem wir hier bestehen. Denn beides gehört zusammen, Prävention und Repression, und muss miteinander verbunden bleiben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Stamm. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Jäger. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Herr Herrmann, so ein bisschen widersprechen Sie sich in Ihrem eigenen Antrag. Einerseits sagen Sie, was richtig ist, Prävention ist immer eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, keine Frage. Andererseits versuchen Sie, die Spur zu legen, dass dieser schreckliche Anschlag auf den SIG-Tempel in Essen auf Versäumnisse in der Prävention zurückzuführen sei. Es ist ja Ihr gutes Recht, Herr Herrmann, die Landesregierung zu kritisieren. Wahrscheinlich ist das auch das ausschließliche Ziel dieses Antrages. Aber wenn Sie dieses Projekt kritisieren wollen, dann sollten wir uns mal darüber unterhalten, welchen Anspruch wir eigentlich an Prävention formulieren. Es kann nicht unser Anspruch sein, gar nicht schon bei diesem Programm, jeden potenziellen Extremisten im Land zu erkennen und zu bekehren. An diesem Anspruch würde zwangsläufig jedes Projekt scheitern. Dies kann kein Präventionsprojekt, egal in welchem Handlungsfeld, leisten. Es geht bei WIC-Weiser darum, wir haben dort den Anspruch, gefährdete Personen und ihr Umfeld zu erreichen, die Menschen um sie herum zu sensibilisieren, sie zu informieren und Hilfe anzubieten. Und vor allem die Frage zu stellen, bahnt sich hier möglicherweise eine weitere Radikalisierung an. Die Teilnahme an diesem Projekt, wie an allen Präventionsprojekten grundsätzlich, ist freiwillig. Wer jetzt den Schluss zieht, dass dieses Projekt in die falsche Richtung läuft, nicht ausreichend funktioniert, ich glaube, der hat das Thema Prävention nicht wirklich verstanden. Ich will noch mal daran erinnern, wir sind mit WIC-Weiser vor zwei Jahren gestartet und haben als erstes Bundesland absolutes Neuland betreten. Wir haben, glaube ich, schon Erfolge erzielt, denn jeden, den wir aus dieser Radikalisierungsfalle herausholen, ist ein Erfolg für dieses Projekt. Aber zu erwarten, dass es gelingt bei jeder Person, dass das auch so erfolgt, das ist völlig weltfrei. Und in meinem Haus hat in der letzten Woche eine internationale Konferenz mit Experten aus Dänemark, aus den Niederlanden, aus den USA, aus Nordrhein-Westfalen stattgefunden. Daran merken Sie, da haben zusammengesessen die Pioniere in der Präventionsarbeit gegen Salafismus. Meine Damen und Herren, da ist klar geworden, dass wir mit der Vorgehensweise, so wie unser Projekt angelegt ist, genau richtig liegen. Wir müssen lokale Netzwerke knüpfen, Schule an den Tisch holen, Jugendamt an den Tisch holen, Moscheevereine, möglicherweise Imame mit ihrer religiösen Kompetenz, um ganz genau hinzugucken, welche individuellen Gründe sind verantwortlich dafür, dass ein Jugendlicher diese rückwärtsgewandten Ideologie oder Pseudoreligion tatsächlich anhängt. Und Wegweiser begleitet dieses Netzwerk vor Ort mit der Kompetenz, die der Verfassungsschutz gewinnt, aus der Frage, wie gehen Extremisten in diesem Phänomenbereich vor, wie argumentieren sie und wie versuchen sie, Jugendliche zu radikalisieren. Deshalb ist es, das hat uns diese Konferenz gezeigt, so wie wir es angelegt haben, grundsätzlich richtig, nicht so gut, dass man es sich noch besser machen kann. Wir lernen sozusagen jeden Tag dazu. Aber Herr Herrmann, wir werden auch als Innenministerium dieses Wegweiserprojekt weiter ausbauen. Meine Damen und Herren, letztes Jahr im März, glaube ich, haben SPD und Grüne schon ein Handlungskonzept für den Sarafismusprävention eingefordert. Wir haben längst eine interministerielle Arbeitsgruppe dazu gegründet. Da sind Fragen zu beantworten in großer Komplexität. Ich will nur einige wenige nennen. Beispielsweise, wie beziehen wir Muslime und andere Akteure in die Sarafismusprävention ein? Wie sensibilisieren wir Kinder, Jugendliche und deren Eltern und geben ihnen Hilfestellung? Das Thema Medienkompetenz spielt eine immer größere, eine immer bedeutende Rolle, weil die Radikalisierung inzwischen fast ausschließend in hohem Maße übers Internet standfindet. Und wie können wir spezifische Angebote zur Deradikalisierung gerade von Frauen und Mädchen machen? Weil wir müssen uns nicht vormachen, Prävention gerade in diesem Bereich ist oft männlich oder jungenorientiert. Wir haben schon eine ganze Reihe von Veranstaltungen dazu terminiert. Wir erwarten Ende des Jahres erste Ergebnisse. Die werden wir natürlich dem Ausschuss vorlegen und dort klein arbeiten können. Aber eines solchen Antrages, das merken Sie, Herr Herrmann, hätte es nicht bedurft. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Meine Kolleginnen und Kollegen, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antrags, Drucksache 12 341, an den Innenausschuss federführend sowie an den Rechtsausschuss. Die abschließende Abstimmung soll wie üblich im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Wer ist für diese Überweisungsempfehlung? Danke sehr. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist die Überweisungsempfehlung einstimmig angenommen. Herzlichen Dank. Ich rufe...